Warum konnte ich meinen Signalwerfer nicht aussehen? Ich bin voll gefettfingert gerade, Paar. Was? Bist du gefettfingert? Ja, gefettfingert, das ist doch, wenn man so, wenn man vier Tasten auf einmal drückt, oder nicht? Das kenn ich nicht, also ich kenn den Ausdruck nicht, aber... Achso. Oh, hieß du die Musik? Okay, warte mal, was hast du jetzt? Hast du jetzt... Ich nehm wieder die Falle, okay? Ich nehm wieder eine Falle in die Hand. Okay, soll ich die Signalpistole nehmen, weil dann verschwindet der ja. Also ich würd lieber normal auf den schießen und dann... Ja, du sollst ihn ja... Also wir müssen ihn ja trotzdem... Also wenn der in die Falle gelaufen ist, dann müssen wir mit der Signalpistole auf ihn schießen. Okay, dann war ich... Damit der wegrennt. Okay. Aber sonst, hast du ja gesehen, geht er einfach raus und schlägt auf uns weiter ein. Ja, stimmt, das war unvernünftig, aber ich muss trotzdem... Also hab ich dich geheilt, ja, ne? Ja, ja, du hast mich geheilt. Was ist denn hier los? No climbing. Ah, okay. Dachte schon. Ei, 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 ei. Ja, komm, da fehlt nicht mehr viel, ist fast die Hälfte. Arschloch, Bigfoot. Gut. Ja, warte mal, aber ich frag mich wirklich, wenn wir jetzt keine Fallenwehr haben, was machen wir denn dann? Ich hab keine Ahnung. Aber weißt du noch, bei der anderen Map haben wir uns die ganze Zeit gefragt, wir haben ja keine Gewehrmunition gefunden, weißt du noch? Ja, aber da hatten wir auch vier Milliarden Fallen. Ja, das stimmt. Ich sollte wirklich mir angewürdigen, in den Kopf zu schießen. Scheiße, ich bin immer so in Panik, wenn das passiert. Meinst du, das macht einen Unterschied? Curry? Curry, ich hab was gefunden. Was? Komm mit. Hä? Yeah. Wow, was ist das denn? Wow. Jawohl, Zuflucht 2, Pan. Oh, Falle. Eine Pan, Junge. Eine Falle. Ja, was ist los? Geil. Wie ist das denn, die krasse Pan hier? Warte, geh ich richtig ab hier, ey. Dann zünde ich doch erst mal wieder ein Feuer an. Ich gönne mir richtig hier. So. Speichern. Hier liegt eine Leiche. Was? Ah! Japan. What? Danke, Edward Wilson. Weißt du, mit dem... Edward Wilson, wir haben es geschafft. Hammer. Speichern. Oh, guck mal, der hat kommen. Wer ist an... Chuck, das ist keine Ahnung was. Äh, ja. Cool. Ja, der eine Arm ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist irgendwie nicht... Oh, der linke Arm auch nicht so. Das ist irgendwie nicht so... Aua, aua, die Fliege. Ich bin sehr zufrieden. Geil, Mann. Ich bin sehr zufrieden. Ey, guck mal, wir haben fast... Ey, guck mal, wie viel wir schon aufgedeckt haben hier auf der... Also, guck mal, das... Siehst du, das haben wir durchgestrichen. Ja, also ich bin sehr glücklich. Gespeichert hast du? Ja, ich speichere nochmal. Kannst du Pilze nehmen? Die Welt ist gerettet. Drei fallen. Ah, ich chill einmal kurz hier am Feuer. Das muss ja auch mal erlaubt sein, ne? Boah, jetzt würde ich hier gerne grillen. Ich spiele mal dein Leben. Okay, Pant, weißt du, was wir versuchen könnten? Wenn der kommt, dann... Dann rennt der in die Falle rein. Und dann jagst du den vielleicht mit dem Markierungsgewehr erstmal einen rein. Und dann switchst du ganz schnell, so wie ich. Oder so. Ich versuche das auch. Okay, okay, warte. Warte, warte, warte. Drei ist Signalwerfer, ne? Ähm... Dann wieder auf Trackingkugeln. Ja, genau. Das ist ja gut. Dann haben wir den markiert, dann können wir den direkt hinterher. Okay, ich hab noch vier. Okay. Oder sehen zumindest, wo der lang rennt oder so. Und die drei ist aber automatisch auch aufgeladen. Okay. Gut. Okay, ich speichere nochmal. Die Welt ist gerettet. Yeah! Ja, dann... Okay, wir haben alle Leichen gefunden. Das ist schon mal nice. Boah, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich find's nur ein bisschen schade. Also, es wäre cool gewesen, wenn die vielleicht eine Note gehabt hätten oder so. Oder irgendwie, weißt du? Ja, stimmt. Ein bisschen. Wenn man gelesen... Wenn man hätte lesen können, was dem passiert ist oder was so los ist oder so, das wäre ganz cool gewesen. Wir haben schon ganz viele Sachen auf der Karte aufgedeckt. Aber... Ja, das stimmt. Warte mal. Wir haben echt viel aufgedeckt. So. Cool, Curry. Cool. All voll cool, Bahn. Ross Lake. Ross Lake gehört uns. Und die Drohne müssen wir auch mal wieder irgendwann benutzen. Aber es ist cool, dass wir die... Also, ne? Wobei, die Drohne... Ich hab da jetzt auch noch keine Batterien gesehen. Doch, ich hatte einmal einen Akku gefunden. Ah! Also, ich hab jetzt noch das aktuelle Akku und noch einen Ersatzakku haben wir. Juhu! Also, alles cool. Alles wirklich sehr entspannt. So, wie es aussieht. Das kriegen wir hin, Droh, ja kriegen wir hin. Wusch! Wir laufen gerade in Richtung unserem Camp. Ich hab halt... Wir haben halt keine... Keine Ahnungspunkte, ne? Wir wissen nicht, wo der rumrennt oder so. Ja, natürlich. Mich würde auch interessieren, ob der jetzt auch wieder aggressiver wird oder sowas. Also, wir können... Das stimmt, oder? Ja, das wurde ja in der Arbeit immer. Aber wir können natürlich auch zu unserem Camp nochmal zurückgehen und gucken, ob er da angreift. Ja, können wir auch machen. Ich kann dann ein Stück Fleisch hinlegen, dann können wir ihn ein bisschen andocken. Das müsste ja eigentlich gehen, wenn ich's hinlege, einfach nur, ne? Kannst du das einfach auf den Boden legen? Ich mein schon. Ich mein, das hätte ich gerade auch so sehen auch gemacht. Juhu! Echt, hier ist unser Camp? Hallo! Komm, egal, ich bin bekannt vor. Oh, warte mal, jetzt kann ich hier so einen blöden Stein nehmen. Boah! Riesenstein. Okay. Ich vermute auf jeden Fall, dass er hier, wenn er tot ist, dass er hier dann rein muss. Weil, die kommen hier ist auch so ein Scharnier, der Koppel, der Schloss rein und sowas. Ja, ja. So, ich hab da jetzt Fleisch hingelegt einfach. Das sieht auch sehr gebraten aus. Geh ich mal hier rein, dann gucken wir mal, was geht. Ich hab jetzt einfach die Raketen genommen. Ich hab auch noch mal ein bisschen Fleisch. Ja. Ich platziere das auch noch mal. Ah, wunderschön. Boah, Alter. Hm? Okay, Fleisch habe ich hingelegt. Ich kann es ja auch wieder. Ich kann es ja auch noch mal Lichter machen. Jetzt wollen wir ihn ja anlocken. Auch hier nochmal Licht an. Herr Bigfoot! Ah, schön. Die haben wir alle gefunden hier. Das ist ja toll. Yay. Die sind alle abgehakt, ne? Ja. Alter, ich dachte, was passiert denn jetzt? Das ist das Scheiße. I want to believe. Das hat sich gerade angehört, irgendwie wie so ein Priester oder so ein Chor. Hä? Guck mal. Ich kann nach oben springen. Du musst mal auf den Sessel da und dann nach oben springen. Dann kannst du durch die Decke gucken. Geil. Boah, das wäre auch übrigens ganz cool, wenn man mal wieder, ähm, hier ist Gewehrmunition, wenn man mal wieder auf den Wagen könnte, wie bei Go-Man. Bei Rake, ne? Und wie ich immer die Kameras vermut gemacht habe. Keine Bäder, keine Bäder. Das Ding ist komplett ausgerastet. Voll. Ich hab Rake ganz vergessen. War Curry, ey. Das ist voll geil. Das haben wir auch gemacht, ey. Ich liebe solche Spiele. Wir sind einfach die berüchtigten Hunter. Ja. Wir kriegen diese alle, ey. Guck mal, wir haben sogar alle Leichen jetzt schon weggefunden, ey. Da musst du erstmal nachher machen. Man sieht halt auch in dem Erfolg, dass wir unsere Ausdruck so ein bisschen upgraden konnten. Deswegen haben wir jetzt auch wieder einen Wohnwagen und so was. Dank eurer Unterstützung konnten wir das jetzt machen. Hey, danke, Leute. Danke. Vielen Dank, vielen Dank. Ich guck mal, ob der hier irgendwo rumrennt, aber das sieht nicht so aus. Wupp, dupp, 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 dupp. Gut, gut, fein. Fein, ich bin gut. Fein. Jetzt kannst du nicht mehr entfliegen. Wie viele Fallen hast du? Ich hab noch drei jetzt auf Halde. Oh, warte. Ich glaube, es dürfte keine mehr rumstehen. Du hast gar keiner, ne? Nee, das finde ich voll doof. Ich würde ja mehr Fallen haben, ey. Das macht mich sehr wütend. Ich bin sehr aufgebaut. Feinfallen ist halt nicht viel, ey. Das stimmt. Ich bin sehr aufgebracht, Curry. Ich glaube, ich lasse die Drohne mal ein bisschen rumfliegen. Oh ja, das wäre cool. Ruhig da immer mit. Damit haben wir ja gerade schon gute Erfahrungen gemacht beim Campen. Oh, oh. Warte. Sag Bescheid, wenn du drauf bist. Ja, ich bin drauf. Okay. Aber du duschst doch jetzt nicht gerade. Okay, jetzt mach nochmal. Mach nochmal jetzt. Warte. Ja. Ja, okay. Ja, schön. Ich hab halt keine Ahnung, wo ich hin soll mit der. Ich kann einfach nur die Umgebung so ein bisschen abgeben. Hallo, Bigfoot-Man. Wo sind sie her, Bigfoot-Man? Ich würde mal interessieren, ob der auch nach der Drohne schlägt oder so. Ich meine, wenn die Ladung nicht so schnell alle gehen würde. Alle. Wenn das nicht so schnell alle gehen würde, sag ich weiter hinzu. Dann könnte man jetzt halt nochmal gucken. Weil die ist ja schon sehr schnell, ne? Da könnte man jetzt das Gebiet grob abziehen. Ja, die ist mega schnell. Ja. Wir haben den Tower halt immer noch nicht gefunden, Curry. Tower? Ja, aber was für ein Tower? Ich weiß nicht, was wir mit Tower meinen. Hier muss doch irgendwo ein Tower sein. Ja. Also den würde man ja hier auch mal sehen, oder nicht? Ja, durch den Regen ist natürlich gerade sehr schwierig, ne? Wir geben nicht auf. Tower! Ich muss sagen, wir hatten sonst immer so Strecken, wo halt wenig passiert ist. Aber die Leute sich trotzdem immer gefreut haben über eine Folge. Aber diesmal geht es echt Schlag auf Schlag. Tower, Tower, Tower! Was passiert, wenn ich hier über einen Fond fliege? Hey, nicht da unten! Zurück, zurück, zurück! Das ist, glaube ich, ein Schildfaden. Boah! Echt? Ah, okay, boah, das hat so, hat so ein Klippzeug. Aua! Ah, da oben gehen wir hoch. Ne, da kommen wir gar nicht hin, das ist außerhalb der Map. Nein! Aber hier kann ich, hier kann ich hin, also fliegen kann ich hier hin. Aber hier ist kein Tower-Up. Scheiße, okay, dann kommen wir wieder zurück hier. Schmiert die Drohne gleich ab, oder? Ei, 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 ei. Ja, ja. Haben wir schon. Ich hoffe, du schaffst es nicht noch. Oh Gott. Ja, doch das reicht. Es ist halt so lustig, wenn Bigfoot einfach kommt, wenn die Drohne weghaut. Ja, mitnimmt. Holzkonjunktion. Boah, cool! Oh. Ich muss mal kurz... ähm... Was denn? Ich weiß nicht, das hat... Als ich hier rausgeswitcht hat, hat, äh, kurz alles... vibriert, als würde jemand, äh, hier langstampfen, aber ist nicht so. Aber die... Musi... Oh Gott! Curry! Meine Güte! Mein Gott! Es ist auch mal gut! Diese blöde Drohne! Mein Gott! Du kannst die Batterie, äh, austauschen, aber weiß ich nicht. Ja, brauchen wir noch nicht. Ja. Der Verschwendung. Warum ist die Musik denn jetzt schon wieder so? Was hat das so bedeuten? Es ist einfach, der Tag ist angeboren, der Tag ist, äh... Oder? Ne, wir haben 15.13 Uhr oder so. Der Tag ist lange nicht an... Vielleicht sollten wir rumlaufen? Ja, machen wir mal. Vielleicht macht das mehr Sinn? So, wohin, äh, wo, was wird's denn... Worauf hast du Bock? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich will vielleicht nochmal runterlaufen? Ja. Oder vielleicht hier nochmal hoch? Ja, den Tower einfach nochmal suchen, vielleicht. Ja, warte. Wir können... Können wir nochmal... Wir können ja nochmal dahin laufen, wo... Äh... Oh! Pan, er kommt! Okay! Hier! Ich bin bei dir, ich bin bei dir! Ja, 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 ich bin bei dir, ich bin bei dir! Komm her! Fuck! Hä?! Nein, du musst du... Warum macht ihr das denn? Ich bin doch... Fuck! Au! Arschloch! Okay! Curry! Ah, fuck! Curry! Nein, Curry, nein! Er läuft weg! Lebst du noch? Ja, ja, ich lebe noch. Hast du ihn, äh, gemarkt? Hä, ich bin hier doch hinterher... Ich kann mich nicht schreien. Ich kann mich nicht schreien. Ich bin hier doch hinterher... Ernsthaft? Oh. Ja. Ist nicht so gut, ne? Was machen wir jetzt? Wann haben wir denn zuerst gespeichert? Hä, warum machst du das? Ich... Ich dachte, das wäre Healing. Ist das das Totenlicht? Ja, scheiße, warte mal. Das ist aber echt irgendwie komisch. Ja, das müsstest du aber wirklich mal bei ihm benutzen. Meinst du? Ich meine, wenn er Angst hat oder wenn... Oh my God, 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 my God. Oh, ich lebe wieder! Scheiße. Hm. Kann ich nicht heilen, Pan. Kann nichts machen. Du hast aber auch nichts mehr, ne? Hm? Du hast aber auch kein Healing mehr, ne? Scheiße. Ich hatte... Ich hatte ein Healing. Ich hatte noch Healing. Aber ich kann nichts nehmen von dir. So ein Kack, ey. Ja. Ja. Ja, ich holte dich jetzt. Ja, okay. Alles klar. Aua! Aua! Mein Bildschirm flackert. Das machen wir jetzt Pan. Scheiße. Ich meine, wir haben bei der Leiche ja... Wir können einfach nochmal laden. Ich glaube, das ist diesmal nicht so schlimm, oder? Ja. Wir waren ja nicht weit weg. Ja, dann hauen wir rein. Hauen wir rein hier. Können wir. Dann mach ich nochmal kurz gleich Schwarzbildschirm. Trotzdem... Warte! 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 Ich zeichne euch unser kreatives Passwort an, ey. So. Die, 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 die. Okay. Du müsstest gleich... Ja. Du müsstest wieder in die Lobby können. Jo. Warte nochmal zurück. Kooperative. Lobby-Freunde suchen. Ah, er sucht noch, er sucht noch. Dingsen. Zurück. Nochmal suchen. Dingsen. Lobby-Aufnahmen suchen. Ah, da ist es. Weißt ihr, da können vier Leute spielen, ne, lieber HWSQ, ey. Das ist echt so, ey. Unfassbar. Ich bin sehr enttäuscht. Irgendwann. Irgendwann. Irgendwann machen wir das damit. Na, hab ich's gut in den Streamen oder so. Keine Ahnung. Weißt du, auf jeden Fall? Ähm. Ja, ja. Ich lade gerade. Ach so. So. Na dann. Was ist los? Jo, geil, Bane. Auf geht's. Ey, wir haben dieses Camp hier aber noch nicht gefunden im Hintergrund, ne? Mit der roten Hängematte. Äh. Weiß nicht. Weiß nicht. Der ist bestimmt dark irgendwie, ey. Ey, warum stehen wir hier? Ey, warte mal, yo. Warte mal, yo. Warte mal, ich muss doch kurz rein. Ah, puh. Hä? Nein, Tori. Ja, die letzte ist noch nicht. Scheiße, wo ist die? Aber wir haben noch danach geschlecht. Die war bei dem mittleren Camp. Bei dem mittleren Camp ist die. Hä? Aber hier liegt das vielleicht trotzdem? Hä? Hä? Wie viel steuer ist das denn? Okay, Hauptsache, wir finden die Leiche, ey. Nochmal. Ja, die Leiche ist hier bei dem... Zuflucht 2, ne? Die Falle. Ja. Okay, ich hab mein Tracking wieder ausgerüstet. Ganz komisch. Liebe Spiel. Ob der auch das Leben von dem jetzt gespeichert hat? Ey, unsere Drohne ist auch wieder... Das Leben? Das hoffe ich. Den Lebensbalken. Ich hoffe es. Hä, wie kommen wir da hin? Sind wir nach oben gelaufen? Können wir hier nach oben laufen? Irgendwo? Ich mein, hier kommt ein Weg gleich. Aber ich bin mir nicht sicher. Doch, hier... Ja, ihr müsst gleich links ein Weg sein. Ah, klar. Dann geht's hier, glaub ich, wieder hoch. War das da, oder? Ja, doch, oder? Ich denke schon. Das war... Da vorne geht man... Kann man hoch. Ne, warte mal. Aber das war doch nicht hier, oder? Warte mal. Zuflucht 2. Zuflucht 2. Hatten wir die schon geflunden, Pan? Ich bin mir nicht sicher. Zuflucht... Das war hier denn? Ne, doch das... Also das war die Zuflucht 2. Wirklich. Ohne Scheiß. Ich schwör auf alles. Ja, ich weiß, Pan. Ich weiß, ey. Curry, ey. Die Nachrichten. Die Nachrichten. Die Nachrichten. Bigfoot hat zugenommen. Bigfoot nimmt bei Biggest Loser teil. Bei Biggest Loser. Bei Biggest Loser. Der Bigfoot... So, hier... Äh... Wo ist das Camp? Wo ist das Camp? Wo ist das Camp? Wo ist das Camp? Hier. Achso? Ah, gut. Hier. Okay, warte mal. Und hier ist die Leiche. Ja! Ja, Hammer. Warum wird das nicht ausgelöst? Hä? Hä? Wieso ist das so buggy? Ich weiß, weil das schon... Ich denke mal, das ist schon getrackt, aber das wird halt noch nicht angezeigt. Steht halt auch wieder 0 von 4. Ich hoffe, der wird das trotzdem aktualisieren. Der Arsch, ey. Kacke. Vielleicht, sobald wir auch Bigfoot treffen oder so. Das kann sein. Ey, wieso sagt ihr mir hier keine Muniz? Achso. Na, okay. Spiel mit Piziosi! Spiel mit Piziosi! Ja, stimmt! Spiel mit Piziosi! Ach, die guten alten Werbe-Jingles, ey. Also, einmal würde ich ihn auf jeden Fall noch... Also, ich glaube nicht, dass wir es heute schaffen, den kaputt zu kriegen. Nee, glaube ich auch nicht. Aber ich... Dieses Spiel mit Piziosi hört sich irgendwie fast so an wie mit, äh... Wie hier, äh... Nichts ist unmöglich. Toyota. Stimmt. Warte mal, haben wir hier ein Tower-Schild? Bridge. Ist das so eine Bridge? Swamp and River. Ah, Tower! Ah, schön. Eine Bridge. Aber wir haben so viele Bridges. Aber in welche Richtung heißen das jetzt? Also, welche Richtung müssen wir denn jetzt bitte? Nach rechts oder... Nach links hier oder was? Pfff... Ich hab absolut... Keine Ahnung. Da ist aber nur alter Jagdturm, aber das kann nicht mit Tower gemeint sein. Bist du sicher? Ich mein, wir haben so viele alter... Weil... Bei den anderen Jagd-Türmen haben wir halt auch immer ein Schild gehabt, wo Tower stand. Also... Ach so! Ja, okay, dann ist... Oh... Ist aber schade. Also, weiß ich nicht, ob das jetzt... Aber ich... Ich mein, wenn's jetzt... Also, wenn das Schild wirklich für den großen Tower ist, dann hätten wir den ja mit der Drohne gesehen. Irgendwie, oder? Also... Ich bin traurig. Ich weiß es nicht, also... Ich geh mal... Warum? Wir haben alles gesehen, Panfass. Ich geh mal kurz vom Weg ab. Nicht wundern, ne? Ich will mal kurz gucken, ob hier, äh... Okay, kurz ist natürlich... Komm mit. Ja, komm mal bitte lieber mit. Weil ich glaub, hier waren wir noch nicht und ich würde gerne gucken, ob wieder eine geheime Höhle irgendwo ist. Ich riech da weiter. Hallo, Bigfoot. Kommen Sie bitte. Jetzt. Bitte... Ja, ich weiß nicht. Ich... Ah! Oh Gott. Ey, da weiter. Ich dachte, ganz kurz ist es, aber ist es nicht. Hört sich mal an, dass tut ja jemand voll hart rülps, ne? Uuuuuh. So, hier jetzt also. Ich sag mal ganz schön... Boah, ich sag mal ganz schön, äh... Ja, ganz schön weitläufig, ne? Ey, ganz schön jagen. Vor allem so ein bisschen trostlos, ne? Ah, scheiße, ey. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich glaub, hier waren wir auch schon. Ja. Oh. Schade. Aber ist egal. Da müssen wir mal, was ich, ähm... was ich beim ersten Spiel gemacht hab, ist, ich bin die ganze Steinwand abgelaufen und so hab ich die ganzen Höhlen gefunden. Bin einfach die ganze Seite abgelaufen und hab da zwei, drei Höhlen gefunden. Das Ding ist, dass die Steinwand die meiste Zeit durch so einen Zaun ist jetzt. Ja. Auf der anderen Seite ist, glaub ich, auch nur die Steinwand, beziehungsweise der Berg halt. Ja. Wir hatten aber auch Höhlen gefunden, also auch im Berg bei, äh, bei der Schneemap, ne? Ja. Das auf jeden Fall. Also hier hatten wir ja auch jetzt schon eine große Höhle gefunden. Mhm. Da standen da irgendwie unbekannte Höhle und einmal Monsters Höhle. Das heißt, ich würd nach unten, ich würd... Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Und ganz unten ist alte Mine. Sollen wir da nochmal zwischen alte Mine und, äh, unbekannte Höhlen? Also die Mine ist, die, die zählt auf jeden Fall auch zu einer, als Höhle. Das sieht man ja an dem Emblem. Genau. Und ich würd es dazwischen einfach mal suchen. Hey, was ist das denn hier? Warum ist hier so eine lange Holzkonstruktion? So eine, wirklich sehr, sehr lange. Ja, das ist hier, hier waren Menschenpaar. Umfassbar, ey. Vorsicht. Man kann nicht hier rüberspringen. Äh. Was für krasse Menschen. Boah, puh. Curry versucht erst gar nicht. So sportlich sind wir gar nicht, Pan. Bigfoot. Hast du deine Falle wieder ausgerüstet? Ja, sicher, sicher. Ich will mehr Fallen finden. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Wir müssen mehr Dinge. Wenn es Zuflucht 2 gibt, gibt es zwischen noch Zuflucht da. Ähm. Oh Gott. Oh, oh, ich hör was bellen, aber jetzt hab ich nen Fuchs. Klasse. Bitte. Nicht angreifen. Bitte. Nicht angreifen. Lasst uns einfach laufen. Wir haben euch nichts getan. Wir klauen euch nicht euer Essen. Nur ein bisschen. Lass uns einfach gehen. Lass uns einfach gehen. Ihr seid auch gar nicht unser Essen. Nur das für Bigfoot. Wir wollen nett sein. Was ist das denn laut immer mit den Schritten? Manchmal erschreckt man sich nicht davor, wenn man da nicht mehr dran denkt. Ja. Eieiei. Bigfoot. Ich hasse das auch, wenn wir hier so durchgehen. Und die sind überall Bäume. Da weißt du nie, wo der herkommt. Das ist voll spät. Fein. Ganz feiner Bigfoot. Warte, ich bin ja langsam, ey. Stein. Der möchte nicht. Der möchte nicht palen. Ich glaube, der hat keine Lust. Wir müssen unterwegs wieder ein Feuer machen. Das hat ihn doch immer angelockt. Weißt du noch? Komm, ich sammle mal ein paar Steine mit auf. Ja, könnte sein. Stein. So. Noch mehr Stein. Stein, das muss sein. Und natürlich weiterhin ein paar Äste. Ich hab auch ein paar Steine dabei. Das ist richtig gut, Curry. Die sind auch. Ja. Sammeln. Und unser Zelt haben wir ja auch immer noch. Ich weiß nicht, warum wir es haben. Ja. Aber wir haben es. Weißt du, als wir es da versteckt haben, ey. Ich hab auch keine Ahnung. Entschuldigung. Ah, Steinmann. Also eine kleine... Da waren wir vorhin. Hier waren wir gerade. Ach, Alter, diese Ausdauer. Mensch. Mann, wie unsportlich seid ihr denn? Mhm, mhm. Super. Hey, ist der Fluss. Der Fluss kommt jetzt hier. So, jetzt geht's echt an die Jagd hier, ey. Oh. Ich glaub, man hat ihn gehört gerade, oder? Ähm. Curry? Oder? Ja. Wo? Wo ist der? Hörst du das? Ja, von der Richtung. Bleib mal hinter der Falle stehen. Bleib hinter der Falle stehen. Okay. Ich glaub aber, das ist ein Bärpan. Oh. Ähm. Jaja, das ist ein... Ne, das ist ein Hund. Äh, ein Dings. Ein Wolf? Ein Wolf. Mach mal Taschenlampe aus. Aber ich muss ihn doch sehen. Siehst du so nichts? Nein. Okay, dann sollen wir die Falle nehmen und wieder gehen. Hast du die Falle genommen? Jaja, ich hab die wieder genommen. Boah. Boah. Das war jetzt schon ein bisschen... ... eklig. Ja. Ich guck doch, sie immer hier so ein bisschen an der Wand entlang. Ja, wir müssen hier über den Fluss. Ja. Okay. Ah, hier ist ein Steg. Hä? Okay. Hier waren wir definitiv noch nicht. Nee. So, halt mal ausschau. Es kann sein, dass hier vielleicht noch mal irgendwo so ein Turm ist. Hallo. Ach, Turm. Ja? Nein. Ach so. Ich rufe. Ich rufe. Vielleicht antwortet der ja. Hallo. Hallo. Ich bin. Alter, ist so viel los im Wald. Eieiei. Alles cool. Waldkonstruktion. Put, 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 put. Alles entspannen. Wir wollen euch gar nichts bilden. Oh. Jetzt wieder Bastel. Na lustig, wenn ein Wachtturm einfach so ankommt, dann auf zwei Beinen. Oh. Ja, stimmt. Hey, hier bin ich. Wir werden ihn jagen. Wir werden es schaffen. Der ist fast tot. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist die Steinbahn? Hier sind nur Bäume, ganz viele. Das müsste eigentlich da gleich kommen. Links ist eine Brücke. Hä, wie weit kann man denn hier laufen? Oh, ein Stein. Hä, wieso können wir hier so weit laufen? Ja, wahrscheinlich kommt er hier einfach einen Zaun, oder? Ne, hier kommt, hier kommt Stein, glaube ich. Ja. Ja. So, das heißt, ich würde jetzt ja auch hier erstmal nach unten gehen nochmal zur Mine. Okay. Oh, ah. Okay, okay. Geht's gut. Warte, ich sage mir noch unterwegs ein paar Steine. Oh, der ist langsam laufen. Das nervt ja voll. Ne, hier sieht nichts nach Mine, äh, Hühle aus. Mann, ey. Also muss auch nicht allzu sehr, ne? Aber so, dass wir das ab hier irgendwie, dass wir da so einen schönen Abstand haben. Ich habe so viel Hunger. Ich werde mir gleich eine leckere Suppe machen. Ne. Ja, ich habe auch ein bisschen Hunger. Ne, hier ist echt nichts. Ne, sollen wir nochmal in die andere Richtung? Ja, gerne. Okay. Sehr gerne, ja. Mann, ich würde den wenigstens einmal gerne nochmal hitten. Hm. Mhm. Der regt mich voll auf. Der schreit doch die ganze... Oh, Alter. Oh, Mann, ey. Ey. Also da hätten sie echt mal, äh, also da hätte doch mal jemand drauf bekommen müssen, dass sich das vielleicht ein bisschen so anhört wie eine Kamera. Ja. Die ausgelöst wird. Apropos, ich glaube ich werde hier trotzdem mal eine Kamera, ich kann die ja wieder einsammeln, weil so wissen wir halt auch immer, wo der ist. Wenn wir ein paar Kameras aufstellen. Ja. Einfach nur, wie gesagt, ich kann das ja später, kann ich ja wieder aufsammeln. So. Na, mal gucken. Megfurt, komm jetzt und hol deinen Happa, Happa. Wo sind die Höhlen? Ja, wo sind sie denn? Wir haben ja auch so eine, so eine, nicht so eine Höhle, so einen alten Baum, da hat er ja auch sein Zeug da drin gehabt, ne? Oh, das könnte hier, das könnte hier so was sein, aber das irgendwie... Warte mal, soll das so sein hier, wie das hier platziert ist? Ne, das sieht nach Höhle aus, oder? Nein, das ist einfach wieder... Hä? Wobei, ne. Hä? 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 Oh, warte mal. Das ist ein Bug, das ist ein Bug. Oh nö, ja dann geh ich jetzt aber... Ne, warte mal, dann geh ich jetzt aber noch mal rein. Aber dann kommen wir noch mal raus, Pan. Wir schaffen das, Curry. Oh, ich seh da, ich kann was sehen, da ist... Nein, da ist das Mip-Ende. Kacke. Schade. Ja, schade. Trotzdem entdecken wir immer was, äh, komisches. Wir entdecken jeden Bug. Ah, jetzt gleich kommen wir zur anderen Höhle schon. Sheet! Was haben wir noch? Ich hab mich grad voll erschrocken von deinem Sheet. Schade, guck. Bigfoot! Mach doch jetzt keinen Scheiß! Ich lauf einfach jetzt ab und zu gegen die Wand, vielleicht find ich ja wieder was. Ja, so, so, Tor geht auf, auf einmal. Schade. Raben. Irgendwas. Ich muss immer nachladen, wenn ich ne Waffe in der Hand hab. Ich weiß ja warum, bei mir steht die ganze Zeit immer oben keine Munition, weil ich automatisch bin auf R drück. Ach guck mal, hier die... Ne, das ist normal. Achso. Ja, ist so ein bisschen... Manu! Ne. Nope. Ne, ne. Leider nix, ey. Hier wird nicht noch ne Höhle sein. Sehr schade. Ja, dann wollen wir mal weiterlaufen. Gleich am Sumpf, kommt der Blickfurt mal am Sumpf hier vielleicht. Ey, ist aber jetzt echt ne Diva, ne? Voll. Soll ich mal, soll ich mal ein Feuer machen einfach so? Mach mal hier ein Feuer hin, mach mal hier ein Feuer hin. Okay, warte, warte. Machst du mal nen schönen Feuer und dann kann er doch mal... Kann er uns doch mal Hallo sagen. Der Dreckige, ey. Ich dachte, allein mit den Taschenlampen locken wir den an, aber ne. Will er nicht. Warte, ich muss ne Feuer... Hast du Feuer gemacht? Ich kann nur hier wohl eins machen. Warte. Leerer Steckplatz? Hä? Achso, oh, hey. Ja, ich hab da was gemacht, aber irgendwie ist das wohl durchgerutscht. Oh, nö. Warte, vielleicht kann ich ein Feuer machen. Wie macht man das denn? Ich bin einfach auf Kuh gegangen und dann auf Lagerfeuer. Ah, hier. Ah, okay. Schade. So. Weg fort. Jetzt bin ich mal gespannt. Am Spolen. Du kleiner, dreckiger du. Weg fort. Wo bist du nur? Ja, soll ich dir mal zeigen, was ich jetzt hier noch mach? Was denn? So. Boah, Pan, ey. Im Zaun, in der Holzkundsituation hast du einfach hier... Oh, cool. Boah. Ich kann einfach nicht davon ablassen, ey. Ich find's voll toll. Wie scheiße das aussieht, wenn man so geduckt... Ah! Ah! Das klappt! Okay, ich hab die Falle platziert, ich hab die Falle platziert. Okay, wo bist du? Da, okay. Nimm die Signalpistole. Ich hab's. Äh, Tracking meinst du? Ja, ich nehm die Signalpistole. Okay, dann tracke ich ihn gleich. Wenn er kommt. Okay, dann wieder einpacken. Ah, nehmen. Okay. Oh, ist der Drecksack. Ich muss irgendwie bei dir nehmen. Komm von da. Vorsicht, lauf nicht in die Falle rein. Nee, ich muss auch bei dir in die Nähe. Scheiße, jetzt bin ich hier gefangen. So. Komm! Sag mal. Typ! Dein Ernst? Wo ist der denn? Ist der jetzt hier unten, oder was? Ah, der baut noch ein Weilchen. Oh, der hat geschrien. Ja, ja, wir konnten den also wirklich genauso wie in den anderen. Machst du das? Okay. Ja, schon gut. Boah, willst du das nicht so wie bei Green Hell, sondern das Feuer brennt die ganze Zeit, ey. Oh. Komm her. Ja. Auch bei Regen. Was geht das Feuer da aus? Ja. Oh Gott. Also Green Hell ist echt schon sehr realistisch. Oh Gott. Boah. So. 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 Vielen Dank.